Leute, ich habe einen Plan. Das wird ein ganz großer Crew. Ich werde der Herausgeber einer Philosophie-Zeitschrift. Und zwar nicht zu einem von diesen kleingeistigen Themen wie Freiheit, Mensch und Natur, Dialektik, Gesellschaftskritik. Ich mache eine Philosophie-Zeitschrift zu einem ganz großen Thema, zu dem noch nie eine Philosophie-Zeitschrift erschienen ist. Das Thema lautet DDR.